Musik Wir sind noch im Föhran auf, ich weiß gar nicht, welchen Höhenmeter. Mille. Kann sein, ich weiß es nicht. Im wunderschönen Marhof, das ist einer der letzten Südtiroler Höfe mit einem Strohdach. Das ist wunderschön. Die Location haben wir rausgesucht, weil der Regisseur, der Lukas Rosati, beim Locationscouting einen wunderschönen Platz gefunden hat und für unsere Bedürfnisse genau da vorgefunden hat, was wir gesagt haben. Ich bin mir sicher, dass die Bilder im Video dann für sich sprechen werden. Das ist wunderschön. Wir sind hier, weil wir quasi die Regisseur des neuen Videoclip des Vino Rosso haben. Das ist ein Videoclip divertente. Das ist. Schönei. Das ist etwas Schönei. Ja, das ist es so, sei es. Das ist das hier. Das ist ein Cutữgeschäft. Ich habe ein paar Chiffe, in diesem Video. In einem Band dazu. Das ist ein Video. die dann aber auch Affinität werden. Ich mag das Wort Affinität. Es ist sehr schön. Affinität, weil wir in der Band auch sieben Elemente sind. Sieben Menschen, die alle unterschiedlich sind. Egal ob jetzt aus Nord-Tirol. Aber ich bin nur der Bassist. Ich rede fast zu wenig wie der Schlagzeuger. Was auch gut ist. Oder aus Tramin oder aus Meran. Deutsch oder Italien Sprache, ganz egal. Die, die aber dann eben wieder Gemeinsamkeiten haben, in dem Fall die Musik haben auch gemeinsame Interessen natürlich und gemeinsame Ideologien teilen. Und das möchten wir mit dem Video auch präsentieren. Sozusagen den Clash of the Cultures. Auf Englisch gesagt. Das Kontra. Das Kontra. Eine Spannung, eine Gemeinsamkeit sein kann von den Kulturen. Weil wir haben gesagt, wenn wir im Jahr 2017 uns die Situation anschauen, wir haben einfach die Eier voll von Gegensätzen, von Streitereien, nördlicher Kultur, südlicher Kultur, Grenzen und so weiter. Wenn wir es in der Musik schaffen, uns zu vereinen und miteinander rauszukommen, dann sind wir durchaus auch der Meinung, dass sein kulturell Gsegen generell nicht nur in Südtirol, aber auch überall auf der Welt auch möglich ist. So gut bricht. Brennt ein Feier, Feier Alben weiter. Kein Ende ist in Sicht. Feier, Feier! Feier, Feier! Wenn man es so ausspricht, kann es auch Englisch sein, aber es ist dialektal geschrieben, also F-A-I-A, Feier. Das ist natürlich ein Feuer und das brennt in den Salben noch. Es ist das letzte Jahr und eineinhalb Jahre ein bisschen still um uns gewesen. Wir haben die Band verändert. Wir waren mal neun Personen auf der Bühne, jetzt sind wir sieben. Wir haben neue Menschen dazu genommen, wie Stefan, zum Beispiel Stefano und den Andreas. Und wir möchten sagen, dass das Feier Alben noch brennt und wir haben Energie. Wir haben ein paar neue Ideen, wir haben viele neue Ideen. Und dann werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren natürlich alle loslassen, von der Leine lassen und das Feier ist da. Und das versuchen wir auf der Bühne zu bringen und natürlich auf der Bühne in alle Tanzenden mitzugeben. Energie. Foco. Calore. La gente ha bisogna di energia per sentirsi libere. Antrieb. Nix geht ohne Antrieb. Egal ob es Benzin ist oder irgendetwas anderes. Ohne Antrieb geht nix. Ohne Feier geht nix. Exactly. Sempre meglio. Ja. Feier, Feier. Feier, Feier. Wir seien ins Dome und es brennt den. Yohoho. Feier, Feier. Feier, Feier. Und dolle Ladies singen lautstark mit. Und dolle Louise singen lautstark mit. Untertitelung des ZDF, 2020